Musik 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 Gut, bei mir geht's erst ab jetzt los Hi Leute, wir spüren gerade Möscher Kanäle Nein, Möscher Kanäle Jetzt bin ich voll davon Wind Darmwand Peak Rush Spürmchen hat ein bisschen früher schon angefangen aufzunehmen Meine Aufnahme hat sich leider aufgehangen Probleme hat es Ja Aber, das macht ja nichts Das fahrt zuerst ein paar Sekunden bei mir an und dann Ihr habt nichts verpasst Verdammt, jetzt hab ich sogar von hinten gemessen Ja, ich hab nur ein Kill gemacht und bin gestorben Nein, hab ich doch nicht gemacht Scheiße Fummelt Alter, jetzt dürfen wir ganz hinten spawnen Ja, rennt du mal vor, ne Ich warte Gott, bist der eine Typ ein bisschen weiter vor Vorgesandt ist Ja, okay, es gibt kein Zeug, das irgendwie frei ist Oh, komm, da könnten wir jetzt ins Auto reinspringen Aber der fährt natürlich an Nein, der fährt schon zu zweit Wenigstens kein ganzes Schlimmertschiff Ach ja Ja, ne Scheiß Scheiß Heli Oh Mann Schön Alter Lust Ich glaub Ich glaub die Arc wurde genervt Oder wie es sich auch immer schimpft Oh ja, da unten wird wiederbelebt gleich Oh hopp Und da drüben Die Feinde töten Schau mal auf Farben Schiff Wie krasser Wird's einfach krasser, das rot ist, ey Standardmäßig Ja, das ist viel geiler Ja, weiß ich, das sieht mal ID auch Aber ich muss mich dazu sagen, ich bin nicht Farbenlind, ja Das ist jetzt wie wenn ihr was vorge- genupset wird, was gar nicht stimmt nicht Mhm Andere Personen sind ja leider Farbenlind, also Farbenlind kann man nicht sagen, rot-grün-Schwäche Ist ja eigentlich nicht schlimm, ne Naja Für sowas wie Battlefield ist es schon nicht ganz praktisch Aber äh, dadurch, dass es das jetzt gibt mit Farbenlind, ist das echt hammergut Aber naja Wuuuuh Hier ist Gott sei, Gegner weggenapsen Kratzen Oh ne, der Heli, der Heli, der Heli Oh fuck Ist geplantet Nice Ich hole dich mal wieder Ah mit Schuldigung Wischen Huuuuh Aua Was war nix Ich bin tot, dann belebe ich dich wieder Ja, jetzt wird jetzt vierer Bedürfnis dazu Alter Alter Bist du schon wieder, verdammt, ich bin auch tot Naja Egal, was du denn Ich lieg da draußen Bist du eh wieder wieder beliebt worden Ja, es gibt auch Korn Ich will den scheiß Heli, obwohl ich eh nicht Heli fliegen kann zur Zeit Gerne Äh, ja Was im Vierer Ja Ich find's Vierer Nicht so toll Hehe Für den Was sagt Ist sogar Boah, ich... Ah Ah Und jeder, er fickt die Oma Gut, der Heli ist down Du wirst hier wiederbelebt Ich flieg mal los Huuuuiuiuiuiui Jetst du denn? Ich sitz die Oma mit dem Helikopter und es ist das erste Mal getroffen und bin tot willst du mich verarschen denn sie waren wirklich ausgeschossen ich bin so schlecht mein Heli geworden geil sind die Texte noch gar nicht geladen WTF muss gehen das ist gar nicht gut die haben gerade unseren Heli da bist du aber umgebracht Prozent aus dem Takt ist auch mein Gott ich fahre mit dem Humvee mit da auch geil ich komme und zu Herzen das war mal ein cooler runterflieger der Humvee lebt noch der fährt noch mit dem Humvee rum der fährt das ist der Humvee auf Gordes Alter das ist der scheiß Deli nein nein ich bin jetzt wirklich durch Selbstmord gestorben aber das nenne ich Fail was oh man erstmal bei dir spawnen und und oh der arme Helikopter der arme Typ nein was machst du denn da sind da viele oh fuck oh fuck ach komm ach komm ACOG probiere ich jetzt auch mal wieder aus die ACOG was äh oder wie heißt das die AUG nein ACOG Visier so mit vierfach Dings ich hab den Heli wieder wieder mal zum abstürzen den Heli bereit man Alter wenn man eine Zeit lang nicht mehr geflogen ist oder sowas dann ist es extrem schwer wieder rein zu kommen tschüss tschüss verdammt mit 90 Grad Killhilfe und sonst nichts jetzt seh ich wieder die ganzen Feinde nicht da tschüss 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 den habe ich paar Leute könnten mal spotten ich kann hier nämlich wieder keiner ich kann hier nämlich wieder keiner ich kann hier nimmst du noch langsamer fliegen du fliehst du grad in dem anderen Heli oh guck mal hier so ein bisschen Spaß nice ich hab ich hier grad ein paar mit meinem Heli leinen obwohl ich glaub nicht mal gut bin beim Heli das muss ich nur wiederholen so komm wir fliegen jetzt hinten rein wo wir gucken und wir es schaffen ohja ok ich glaub du schaffst das nicht mit dem großen Heli aber ich bin mir auch nicht sicher ob ich mit dem kleinen Heli das schaffen ich hab's ja letztes Mal geschafft bloß aber nicht mit dem großen und mit dem kleinen ich hab echt ich erinnere mich nur noch wo ich mal geflogen bin und dann kam auf einmal der Heli ich bin dann nur noch reingestürzt und haben es nicht geschafft natürlich oh egal so jetzt geht so schief und bei mir backen die Texturensuche ab geht's LOL Alter ich Mann Junge bist du rein? ja was? nein wir sind beide wieder umgedreht warte jetzt hat ich geh zuerst nein der war grad zu schön aber du Lutscher ey Alter ich übersteuere wahrscheinlich so ein bisschen über Mikro ich auch ich komme oh der der nein der geht so halt 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 der war so hart ich bin gleich bei B so B ist platziert ich sollte aussteigen nein komm du C4 willst du mich verarschen schafft das sogar doch cool man kann von hinten rein fuck ey das spawnt der Tibi und töte nein ich bin da alles umsonst hm du bist scheiße ja was kann ich dafür wenn der Scheißtyp C4 eines Scheißdinges ne ja der wird da 100 pro nicht rauskommen oder doch der hat dein Heli du Lutscher jetzt ne ah bitte der Heli bringt sich nicht viel in den Sohn guck du oder so na dann jetzt er guck jetzt er König guck alter ich bin los okay ne ja bist du bleib gegen oh fuck da ist ja noch einer das sind viele Lutscher nein da war nur noch einer ja ich hab nicht einer ja den einen hab ich ungenutzt nee alter ich das ACOG kann ich gar nicht ACOG was ACOG ja schau mal über die Visiere ACOG ach so ja ich benutze die auch nicht die ACOG ja es gibt keiner was die ACOG heißt so ja ja das weiß ich ich hab das nicht gecheckt verdammt und ich wär schon wieder gestorben das wird sogar da hm so ich nehm jetzt mal Ingenieur weil Ingenieur bin nicht so selten und spawner bei dem Penner hier oh da drüben ist einer Panzer kannst du mich ein bisschen neben dir in dem Tunnel ist ein Typ kannst du mich da wiederbeleben ah ne der Typ ist tot und mich wiederbeleben bitte bitte ja ich wär äh ich wär äh der geht eiskalt nach mich der hat dich nicht mal gesehen ah ich war doch hinter der Wand geile saue boah ich übersteuere echt so ein bisschen sollte echt so ein bisschen das runterschrauben nein komm von hinten wenn ich eine Aufnahme rausgehe dann ist das ein bisschen doof hm ja naja ich glaub ich stell mein Mikro dahin wo es vorher stand weil dann geht's mir nicht so im Weg um oh hör auf zurück an dem Fugel hehehe also warum kann ich oh je oh scheiße ich glaub das war gar keine gute Idee was denn ich bin bei dem Typen gespawnt ja ne der sitzt scheiße mhm scheiße 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 hahahaha ich komm mit dem Limpel mit ich komm mit dem so scheiße ich hab auch wieder mal von einem Tick für Bunke ja Bunke-Tick ist ich fang nicht mit Beile aber brav ich fang nicht mit dem ich fang nicht mit dem ich fang nicht mit dem was suchen wir das ich fang nicht mit dem wir fliegen hier gerade hinten rein ja ach ne das hab ich dich auch gerade gefragt ne ob wir es schaffen ist die andere ich hab's nicht geschafft du kannst bei mir spawnen wir können so ein bisschen spawn trappen komm ey nur mich erwischt nur mich erwischt ey oh ne der andere auch war cool ich bin Medic äh ich bin Unji sehr gut sehr gut warte oder ich setz gleich warte die du weißt die wo die spawnen ja? eins spawnen unter diesem großen Dach da und ich lande jetzt auf dem Dach warte oh nein ich weiß nicht ich glaub das überlebe ich nicht warum warum weil ich rausgesprungen bin soll ich dich aufheben ich bin tot das nenn ich mal mega fail ey ich hab jetzt grad nur noch gefällt ich hab einen kill gemacht und sechs steps scheiße na egal du könntest reparieren das wärs ja nett ja und warum backen bei mir äh äh Textur hier durch ich versteh das nicht ich plane jetzt A ich spring jetzt raus achso oder kann man so raus bringen? ja mach ich laufe zu B weil A ist schon angekriegt oh nein ich bin tot wir haben auch noch ich hab mich schon weg NEIN würdest du mich verarschen immer der mit seinem C4 immer ich glaubs nicht scheiße HIDI ha der hat nen Abgang gemacht damn ich hab nur noch Devs rein gekriegt ich glaubs nicht ich mach mal wieder transport HIDI ich weiß ich mach heute so ein HIDI type wir sind beide gleich scheiße Lied soll ich mal doch kaum flieg mal so dass ich ein bisschen sehen kann gut so gut aber so ziemlich gut 50 punkte immer gut ist alter erde muss ein bisschen weiter genau Ja, perfekt. So, wo sind wir weg? Komm, war ganz gut. Da rechts ist übrigens ein Panzer. Ja, aber der Panzer. Was soll ich gegen Panzer machen? Schütz. Randfurtz. Ah, fuck. Macht nix. Kann nix. Ich seh nichts. Ich seh einen scheiß Feind. Oh, gut. Ah ne, verdammt. Ich kann reparieren im Notfall. Notfall, aber lieber verpissen wir uns mal kurz. Bis meine Flares wieder nachgeladen haben. Wenn ich wechsle von der Seite, okay. Ich blieb mal von der Seite weg. Aber dann muss ich, glaub ich, ein bisschen mehr hin, dass ich irgendwas killen kann. Ja. Also, schlecht fliegen kann ich nie, ne? Wurde ich sagen. Nee, du musst ein bisschen mehr hinsetzen. Das ist zu weit weg. Genau, genau, genau. Komm. Ja. Ich hab' den Heli mitgekillt. Nice. Oh, oh. Bin schon dabei. Alles gut. Alles gut. Wir machen uns transportieren. So, fertig. Wo bist du jetzt? Ach, scheiße. Jetzt sind so ganz zwei Leute angangen. Ach, komm. Jetzt schläf ich raus. Nee, nee, nee. Warte. Die hauen wir irgendwie über B raus oder so. Warum sind jetzt auf einmal so viele eingestiegen? Ich weiß nicht, weil wir geil sind. So, jetzt einer ist raus. Ich verküsse mich gleich noch, oder? Ich springe aus, dann. Was? Nicht ganz alleine, du Lutscher. Oh, Mann, das war wieder ne Scheißidee. Ich weiß nicht, ich bin grad richtig schlecht. Fuck, ich krieg jetzt aufs Maul. Oh, Mann, das war wieder ne Scheißidee. Ah, 26 Prozent, wenn du das schaffst, vielleicht. Ich schaff das. Ganz vorne. Jetzt krieg ich Schaden. 22. Ich repariere. Dankeschön. Oh, geil. Hahaha. Also erstmal voll die Fehlrunde. Ja, das war jetzt keine so spannende Runde. 13, 13. 14, 14. Ja, das ist doch mal gut, ne? Neutral. Alter, wenn ich mir denke, ich hatte 12,6, wie wir oben am Berg waren. Ich hab zwei Kills gemacht. Äh, ich hab, ich war da auch nicht, ja doch, positiv war ich jedenfalls. Ja, du hast es ärgerlich jetzt, ne? Egal. Wurscht. Aber wir sind positiv, das, äh, also, äh, neutral, sagen wir es so. Ist nicht schlecht. So, meine lieben Damen und Herren, es war jetzt zwar keine so, äh, actionreichige, äh, Spezialfolge, ja. Aber, gut, ihr könnt's ja den, äh, Simon beim Gamm zugucken. Dann geht's ja einfach auf den Kanal. Unten ist der Link in der Videobeschreibung. Und, ähm, genau. Ne? Werbung. 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 Haut rein. Ciao. Bis was. Bis was.